Das Spiel der Woche Sie haben sich für das Spiel der Woche beworben und auch den Zuschlag bekommen heute. Warum haben Sie sich beworben? Ja, weil ich denke, dass es das Spiel verdient hat. Es ist eigentlich das Derby schlechthin hier im Süden. Es treffen hier einfach die zwei besten Rückrundermannschaft aufeinander. Ich denke, dass es das Spiel eigentlich verdient hat, dass es heute vielleicht mal übertragen wird. Und was erwarten Sie von der Begegnung heute? Ja, ich denke, das wird das Spiel auf Augenhöhe. Ich denke, dass es letztendlich die Tagesformentscheider wird. Wie gesagt, Wangen hat eine extrem gute Rückrunde gespielt. Mir auch. Ja, ich denke, dass es eine sehr, sehr spannende Partie wird. Hoffentlich mit dem Ende von FV Hafensburg.